Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phenotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und einen Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Muss ich schon wieder aufstehen? Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Phenotopia. Ja, ist eine Weile her, die ich gespielt habe. Ich spiele es auch hauptsächlich nur am Wochenende. Ähm, ich glaube ich mache das auch zu einem Wochenendprojekt generell, dass ich das stets am Wochenende hochlade. Vorher habe ich ja Among Us am Wochenende hochgeladen, aber mittlerweile spielen wir kaum noch Among Us. Wir warten da auf die neue Map, deswegen spiele ich jetzt erstmal für den Otoop hier als Ersatz. und verkloppt erstmal diesen Stein. So, ich hoffe ich weiß noch wie das Spiel geht. So. Pam. Steinchen fliege. Äh. Unser Job war es diese Moments zu sammeln, das weiß ich noch. Wir müssten glaube ich auch alle haben, soweit. Ich hoffe das Spiel ist ein bisschen leiser bei euch, als ich es mir vorstelle. Wart mal, sich jetzt halber meist noch mal einen Ticken leiser. So. Und natürlich schiebe ich erstmal die Maus aus dem Bild. So. Ich muss da noch eine Echse runterschießen. Verdammt, hat nicht geklappt. War ich hier schon drin? Au. Nein. Erstmal den Fernkampf suchen. Ich hab keinen Bock mich mit dem Fröschen anzulegen. Nein. Äh. Hilfe. Die Frosch haben eh. Ja komm. Au. Ich bin scheiße. Tschüss. Ja komm noch. Komm noch hier. Das große Ding kriege ich nicht hoch. Und. Kaputt. Aber hätte ich mal eine Stelle, wo ich kriege ich muss. Nein. 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 Als ob. Ich mach den Namen kaum Schaden. Aua. Äh. Äh. Nein. Ich bin gestorben. Nein. Wir spielen gerade auf meinem Skill Level. Alles ist ein gut Spiel. Ich hab nur das Roll nicht hinbekommen. Irgendwie konnte ich doch auch noch sprinten. So war's. Okay. So Leute. Das machen wir jetzt nochmal. Ich hab was Neues dazugelernt. Verdammt. Nein. Nein. Nein Froschi. Ich sag dir nein Froschi. Was an Nein verstehst du nicht? Okay. Dem machen die Schläge ja mehr. Tschüss. Komm her. So. Ich weiß man erwartet es nicht von mir. Aber ich lerne auch. Ja komm her. Hier. Aua. Tschüss. Weg damit. Da ist doch glaube ich irgendwas rausgekommen. Da oben ist noch so ein Schleim. Ja. Wir haben eine Mondvase gefunden. Was ist eine Mondvase? Eine robuste Vase mit dazwischen Unbekannten sowohl noch auf einer Seite. Auf der anderen blickt eine gemeinigere Masse ihre Zähne aus. Blauen Juwelen. Entsammler wäre sicher sehr interessiert an diesem Stück. Also irgendwas womit ich Geld machen kann. Okay. Soll ich nochmal den hoffnungslosen Versuch machen das runter zu schießen? Ich hab's zumindest versucht. Okay. Hier ist noch ein Raum. Das wär jetzt so cool gewesen, hätt ich den in der Luft getroffen. Du bleibst da unten. Nein. Warte mal, wenn ich anständig ziel. Perfekt. Es war doch diese eine Ecke, wo ich hinterher nicht rauskam. Oh, der Raum der 1000 Vasen. Ich war jetzt safe noch nicht. Da war ein Frösch drin. Tschüss. Und da ist auch noch so ein Juwel, was ich brauche. So, aber den wissen wir, die kann man ruhig werfen. Die gehen nicht kaputt. Wann kam da ein Frosch raus? Ich hab den Frosch nicht mitbekommen. Okay, da war kein Frosch drin. Ich schlag da jetzt sicherheitshalber immer mit einem Aufgeladenen drauf. Tschüss. Okay, kein Frosch. Das muss ich abschießen. Perfekt. Und kaputt. Kein Frosch. Und wir haben die letzte Perle damit, glaube ich. Kann ich noch irgendwas damit machen? Offenbar nicht. Wofür habe ich jetzt eigentlich die Schalter aktiviert? Nicht, damit ihr mich tot macht. Die Drecksdinger mag ich nicht. Äh. Ich bin so scheiße im Springen. Aua. Äh. Nein, trinken. Nicht essen. Äh. Doch, essen schon. Ähm. Okay. Ein Wasserrätsel. Das Ding muss ich safe anschießen. Tschüss. Bin schon gespannt, was meine Belohnung hierfür ist. Außer, dass ich ins Wasser springe, weil ich die falsche Taste drücke. Wieso? Schuss. Und... Volltreffer. Ich bin so froh, dass diese Dinger nicht runterkommen. Warte mal, bevor ich hier lang gehe. Da. Da bin ich zuerst. Ich mach das Ding lieber da mit kaputt, bevor da wieder ein Frosch drin ist. Oder etwas Leuchtendes. Mondstein. Au. Ähm. Okay. Auch in Ordnung. Warum auch immer ich jetzt hier oben bin. So. Hier jetzt rüber. Genau da rein. Das war so geplant, Leute. Okay, da oben ist ein Schalter. Da ist ein Frosch. Komm her. Ich geb dir eine mit. Boah. Komm hoch. Tschüss. Jetzt esse ich deine Schenkel. Okay, hier ist auch eine Perle. Ah, knapp daneben. Ah, knapp daneben. Komm, jetzt triff. Neh mich. Oh Gott, die Froschermee. Das ist ein Hinterhalt. Badammt. Okay, zwei umgenietet. Noch einer. Komm her, wenn du dich traust. Frosch-Basepal. Jetzt muss ich den nächsten Schalter treffen. Und so komme ich hier wieder nicht raus. Ja. Ich hab nur noch das Gemüse. Das kann ich eben essen. Jetzt muss ich jetzt mal warten, dass sich das bewegt. Und natürlich springe ich wieder genau rein. Pam. Da drüben hat's dein Fleisch liegen lassen. Und damit haben wir, glaube ich, erstmal alle Anuri-Perlen. Ich hab zumindest eins umgenietet. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch mal kurz zum Feuer zurück. Äh, ich versuch das noch mal runter zu schießen. Mein, das Fleisch, das kann ich gut gebrauchen. So, hier war das. Hier kann ich mir was zu essen braten. Glaubt das eigentlich auch, wenn ich da mit drauf schieße? Nö, muss schlagen. Äh. So. Nehmen wir mal das Frosch. Nein. 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 Ich bin doof. So. Komm. Diesmal hat's geklappt. Das andere kann ich ja leider Gottes nur wegwerfen. Und natürlich speichern wir uns das auch ab. Und geben endlich die Perlen ab. So. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Und ich hab noch zwei Perlen in Reserve. Oh, hier kann ich auch nochmal speichern. Ich will mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Hm. Ich kann auch ein bisschen. Oh, ich glaub hier findet ein Bosskampf statt. Das Ding steht doch sowas von auf. Ah. Warte mal, hier bin ich denn doof. Wie soll ich das denn bekämpfen? Ich habe keine Ahnung, wie ich es bekämpfen soll, ne? Ich mache am besten doch einen Cut. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Dann habe ich nämlich mehr Zeit für den Bosskampf, weil für den werde ich länger brauchen. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Das istitzerland. Ich mache jetzt gerade noch zehnmal vom Monsterkampf, wenn ich sage give,